Hallo liebe Erdlinger, hallo liebe noch Nicht-Veganer. In der vorletzten Woche, am 13.10. war es glaube ich, hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller zwei Studien vorgestellt in Kooperation mit der Welthungerhilfe. Und das Ergebnis ist eigentlich, dass wir mit einer Ausgabe von 28 Milliarden Euro pro Jahr über die nächsten zehn Jahre, also insgesamt 280 Milliarden Euro, den Welthunger besiegen könnten. Und das komische daran ist, dass in beiden Studien weit und breit kein Wort verloren wird über eine Ernährungswende. Diese 28 Milliarden, die sollen fließen in verbesserte Bewässerungsanlagen und verbesserten Zugang zum Markt und bessere Pflanzenzüchtungen, die dann besser mit dem Klimawandel klarkommen, bessere Tierzüchtungen, die weniger Methan ausstoßen und mehr Milch und mehr Fleisch geben, sodass man weniger Tiere halten muss. Alles viel effizienter und die Landwirte sollen geschult werden, damit sie effizienter anbauen können und und und. Aber es ist keine Rede davon, dass wir durch ein verändertes Ernährungssystem viel, viel effizienter unsere Lebensmittel herstellen könnten und damit allein schon den Welthunger besiegen könnten. Ich weiß nicht, was das kosten würde, aber wie viel Geld braucht man, um der Weltbevölkerung zu erklären, wenn du was anderes isst, dann müssen die Menschen am anderen Ende der Welt nicht mehr hungern. Kann doch nicht so schwierig sein. So, jetzt ist es total ironisch, dass eine Woche später, Mitte letzter Woche, die Europäische Union über die Vergabe der Agrarsubventionen abgestimmt hat. Da wurde beschlossen, auf die nächsten sieben Jahre 340 Milliarden Euro auszugeben. Und das meiste dieser Subventionen geht für Massentierhaltung an Großgrundbesitzer, weil es flächengebunden ist und so gut wie nichts dieser Subventionen ist an nachhaltige Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen gebunden. Es ist ein reines Weiter-so wie bisher. So, jetzt frage ich mich, wenn wir doch den Welthunger mit 280 Milliarden auf die nächsten zehn Jahre beenden können, warum finanzieren wir dann auf die nächsten sieben Jahre mit 340 Milliarden Euro ein Agrarsystem, was diesen Welthunger überhaupt verursacht. Nämlich die Produktion von tierischen Kalorien mit einem Veredelungsverlust von 90 Prozent. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich meine, diese Erkenntnisse, die sind ja nicht neu. Also die Oxford-Studie von 2018, die größt angelegte Studie über Nahrungsmittel und deren ökologischen Fußabdruck, hat ja ergeben, dass eine rein pflanzliche Ernährung der Weltbevölkerung 75 Prozent der Agrarflächen freigeben könnte. Darüber hinaus ist ja kürzlich im Nature Magazine ein Artikel erschienen, wonach die Aufforstung der Flächen, die nicht mehr gebraucht würden, wenn wir uns alle rein pflanzlich ernähren würden. Und die haben geguckt, welche Agrarflächen können wir aufforsten und wie viel CO2 können wir damit binden. Und dadurch können wir die Uhr, die runterläuft, bis wir kein CO2, keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen, weil wir sonst die 1,5 Grad-Marken knacken, neun bis 16 Jahre zurückdrehen. Da könnten wir noch neun bis 16 Jahre länger die Infrastrukturen für die Energie- und Mobilitätswende ausbauen. Denn das wird ja nicht so einfach werden, dass mal von heute auf morgen grüner Strom aus der Steckdose kommt. Und gleichzeitig wurde in der EU darüber abgestimmt, ob vegane Produkte die Namen von Fleischprodukten tragen dürfen. Gott sei Dank ist dieser Vorstoß der Tierprodukte-Lobby am Ende nicht angenommen worden. Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir kennen die Lösung, wenn Menschen vegan essen würden, wäre es für den Welthunger und für das Klima und für die Umwelt besser, aber wir beschließen jetzt mal EU-weit, dass wir Geld ausgeben, damit alles bleibt, wie es ist und dass wir eventuell sogar verbieten, dass vegane Ersatzprodukte so heißen dürfen, dass Menschen sich eventuell vertun könnten im Supermarkt. Und huch, oh, da habe ich jetzt aber mal ein nachhaltiges, klimafreundliches Sojaschnitzel gekauft. Eigentlich wollte ich doch ein weltzerstörendes Rindersteak haben. Das ist doch verrückt, oder? Oh, da besteht Verwechslungsgefahr. Die Leute könnten ja aus Versehen etwas Pflanzliches nehmen, was besser für Klima und Umwelt ist und wo wir auch noch den Welthunger mit besiegen könnten. Nee, das wollen wir verbieten. Naja, sie haben es nicht verboten, immerhin. Dafür haben sie aber auch an dem Verbot festgehalten, dass Milch- und Käsealternativen nicht Milch und Käse heißen dürfen. Also es ist dann der Haferdrink und nicht mehr die Hafermilch. Man könnte das ja verwechseln. Man könnte ja sagen so, oh, ich wollte ja eigentlich jetzt umweltschädliche Milch von den Tieren, die die meisten Methanemissionen auf diesem Planeten verursachen. Aber jetzt habe ich aus Versehen so eine Hafermilch gekriegt, die irgendwie 90% weniger Emissionen macht. Verdammt nochmal, was für eine Verbrauchertäuschung. Also nochmal zusammengefasst. Die Welthungerhilfe und das Bundesentwicklungsministerium sagen, für 280 Milliarden können wir den Welthunger besiegen. Und ich sage, wahrscheinlich geht das sogar noch billiger, wenn man nicht versucht, die alten verkrusteten Strukturen einfach nur effizienter zu machen, sondern wenn man tatsächlich eine Ernährungswende einläutet und eine Woche später beschließt die EU, es ist so verrückt, wir geben jetzt 340 Milliarden dafür aus, dass alles bleibt, wie es ist und versuchen zusätzlich noch zu verbieten, dass vegane Ersatzprodukte, die eine Ernährungswende beschleunigen könnten, verwirrende Artikelbezeichnungen haben könnten, wie Sojaschnitzel oder Burgerpattie. Wie kann man nur so eine Politik machen? Ich verstehe das nicht. Machen die unseren Planeten absichtlich kaputt? Was soll das? Haben die es nicht begriffen? Wir haben doch eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Das kann doch nicht sein, dass wir sagen, ja, aber mein Profit heute, der ist doch viel, viel wichtiger, als dass meine Kinder in 20 Jahren bei Tageslicht aus dem Haus gehen können. Das ist doch alles halb so wild. Die werden schon irgendwie eine Lösung finden, wie sie mit dem Klimawandel umgehen. Hauptsache, ich habe die Taschen vor. Vielleicht kann ich denen ja eine Klimaanlage spendieren, dann ist alles wieder gut. Und ich frage mich wirklich, wie viel Geld bräuchte man, um den Menschen in den westlichen Industrienationen zu erklären, esst mal weniger Fleisch, dann können wir den Welthunger besiegen. Und wenn wir dann keine 340 Milliarden und keine 280 Milliarden, sondern viel, viel weniger ausgeben, um den Bauern zu helfen, auf pflanzliche Nahrungsmittel umzustellen, um der Weltbevölkerung zu helfen, zu begreifen, dass etwas anderes zu essen uns den Arsch retten würde, dann hätten wir noch eine ganze Menge Geld übrig und das könnten wir dann verwenden, um CO2-Senken aufzubauen, Wälder aufzuforsten, Artenschutzprojekte zu betreiben, Menschen zu bezahlen, die sich um Wälder und Tiere kümmern, weil die jetzt arbeitslos geworden sind, weil sie in der Tierprodukte- Industrie keinen Job mehr haben. Das wäre doch mal eine vernünftige Verwendung von Geldern, oder? Denk mal drüber nach. Und wenn du diese Politik auch nicht fassen kannst und auch etwas tun möchtest gegen den Welthunger, gegen die globale Erhitzung und gegen die Zerstörung unserer Umwelt und der Artenvielfalt, dann ist es ganz einfach, man braucht für dich noch nicht mal 28 Milliarden Euro ausgeben pro Jahr. Du kannst auch freiwillig auf Tierprodukte verzichten und freiwillig die Nachfrage nach nachhaltigen, klimafreundlichen und effizient produzierten pflanzlichen Kalorien erhöhen. Stichwort vegan. Und darüber hinaus kannst du natürlich aktiv werden. Und zwar gibt es die Seite withdrawthecap.org und da kannst du einen offenen Brief unterzeichnen an die Führer der EU, wo quasi drinsteht, dass du das Scheiße findest. Mach mit!